Das ist Akira. Sie ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von angeborenen Anlagen und den auf diesen Anlagen entwickelnden Umwelteinflüssen. Der entscheidende Umwelteinfluss für den Hund ist der Sozialpartner Mensch. Das anspruchsvolle Dummy-Training entspricht den Instinkten des Hundes und bietet eine perfekte geistige und körperliche Auslastung für Akira. Teamarbeit und eine gute Kommunikation mit dem Besitzer, Gehorsam und der bewusste Einsatz von Auge und Nase des Hundes werden intensiv trainiert. Als Beutegreifer mit ausgeprägtem Geruchssinn tragen die meisten Hunde gerne Gegenstände. Auch Akira. Beutegreifer mit dem Besitzer, Gehorsam und Nase des Hundes. Gehorsam und Nase des Hundes.